Haben Sie das gehört? Jetzt spielen Sie schon Musik hier drin? Musik Hallo beim Zylon Podcast, heute geht es ums Ganze und mit dabei ist Jan. Hallo. Und der Ben. Hallo. Und der Mario. Hi. Und nicht der Phil. Phil ist leider krank. Wir müssen heute ohne Phil auskommen. Ich fürchte, er ist nächste Woche auch noch krank. Toll. Ich habe heute dir ein Schnippchen geschlagen, Ben, und habe Zylon Podcast gesagt. Hast du das gehört? Was? Ja, okay. Alles klar. Ich habe es gehört, aber habe mich gefragt, warum machst du Zylon Podcast? Ich wollte mal was Neues sagen. Toll. Die Leute wollen aber nichts Neues. Das ist ein valider Grund, da kann man nichts gegen sagen. Das ist ja ein Avantgarde Podcast. Da muss man ab und zu mal was Neues machen. Wir innovatisieren. Arrogant? Avantgarde Bleeding Edge. Wir sind en vogue. En vogue. Madonna? Genau. Das ist alles ja Virgin. Wir sind alle Virgins. Madonna, war die mal in der en vogue auf dem Cover oder was? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Meine ich auch nicht die? Keine Ahnung. Mario kam doch auf Madonna. Ich habe keine Ahnung, warum er auf Madonna kommt. Ich weiß nicht, worauf ihr auf alles da kommt, was ihr gerade vor euch gegeben habt. Aber was tut das jetzt für Sache? Sagen wir, Madonna war auch oft die Avantgarde der Popmusik. Genau. Puh. Kreis geschlossen. Ja. Strom fließt. Und wir sind hier die Avantgarde der künstlichen Intelligenz. Okay. Ja. Naja. Naja. Wir haben den Genozid, der auf die künstliche Intelligenz folgt, schon hinter uns. Deswegen sind wir Avantgarde. Okay, also ihr wisst schon, worüber wir die letzten vier Staffeln gesprochen haben. Ja, ja. Ich habe es verstanden. Ach, du bist schon. Ich habe einmal aufgepasst. Ja. Immer wenn diese Musik am Anfang kommt, danach haben wir dann angefangen. Da haben wir angefangen über den Genozid, den, wie sie es nennen, den nuklearen Holocaust zu reden. So war der richtige Begriff. Du hast also doch aufgepasst. Aber eben noch nukleare Holocaust und schon brennt die Lunte wieder. Denn so ist der Titel der heutigen Folge. Die Lunte brennt, oder auf Englisch, The Oath. Ja, nah dran, ne? Das heißt, der Eid, oder? Ja, der Schwur. Der Eid. Ah, das ist ja interessant. Habe ich jetzt gerade erst wahrgenommen, dass das ja der Eid heißt und gar nichts mit dem deutschen Titel zu tun haben. Also haben sie es in Englisch wieder schlecht übersetzt. Ich finde auch, die englische Synchro von der Serie ist viel schlechter. Vor allem bei den Zenturios. Ja. Denen fehlt der sächsische Akzent. Autor war Marc Verheiden. Regie führte John Dahl. Das Ganze ist eine Doppelfolge, kann man so sagen, oder? Heißt zwar nicht gleich, diese und die nächste, aber gehört unmittelbar zusammen. Also ein geschlossener Handlungsbogen über zwei Folgen. Die erste Ausstrahlung dieser Folge, also von The Oath, war am 30. Januar 2009 in den USA und am 29. September 2009 bei uns. Überlebende gibt es 39.643. Gegenüber der letzten Folge ist das eine Senkung um eins. Wobei ich denke, da sind wir einer ganz heißen Sache auf der Spur. Denn in der letzten Episode hieß es noch, dass bei der Meuterei auf dem Thydium-Schiff ein Zylon und zwei Marines getötet wurden. Daher frage ich euch, was will uns diese offizielle Statistik verheimlichen? Dass Kinder geboren wurden? Oder ein Marine? Ein Marine geboren wurde? Vielleicht war der Marine auch gar kein Mensch. War es der Marine? Ja. Das ist nämlich eigentlich der letzte Fünf gewesen. Von wegen. Schon wieder? Ellen. Das war Ellen. Ja, genau. Die maritime Ellen. Ich habe gelesen, dass die Zuschauerzahlen seit dem Auftakt der Halbstaffel enorm eingebrochen sind, um bis zu 20 Prozent, je nach Quelle, wo man nachliest. Und dass die Folgen da jetzt so ein bisschen mit zu kämpfen hatten. Vielleicht war das auch so ein bisschen diese Geschichte von dem Adama-Schauspieler, der herumgelaufen ist, wie Ben beim letzten Mal erzählt hat und gesagt hat, vielleicht werden wir bald abgesetzt. Ja. Wobei, das war glaube ich noch vor dem Ende der Halbstaffel, gell? Ja, ich meine ja. Ach nein. War das nicht bei der letzten Folge? Das muss ja bei der letzten Folge gewesen sein, weil die ja auch alle so niedergeschlagen waren. Ja. Deswegen hatten wir ja da den Witz gemacht. Genau. Aber eigentlich war ja eh schon klar, dass die Serie auch nach dieser Staffel endet. Also abgesetzt worden ist die ja nicht. Ich glaube, das war ja schon in Staffel 3 klar, dass es vier Staffeln geben soll. Kannst du mich da korrigieren oder stimmt das? Nee, ich meine vier Staffeln waren angesetzt. Aber man kann ja auch sagen, in Babylon 5 waren auch vier Staffeln angesetzt. Und dann waren es plötzlich fünf. Nee, da waren eigentlich fünf angesetzt. Aber dann hat man zwischendurch gesagt, es gibt dann doch nur vier. Und dann haben sie es doch noch geschafft, wieder fünf zu kriegen. So war das da. Dann haben sie aber nur quasi nur vier geschrieben gehabt. Und haben ja die eine Staffel dann noch so halbherzig eingefügt. Nee, aber sie wurden schon abgesetzt. Und deswegen hat er alles komprimiert in die letzte Staffel, in die jetzt noch verbleibende letzte vierte Staffel rein, was eigentlich in die fünfte sollte. Und dann hieß es, oh, ihr kriegt doch fünf. So war das. Schade. Genau, aber hier sollten es vier sein. Zuschauerzahlen sind hier gesunken. Mal gucken, wie das bei der nächsten Folge ist. Ja, die Zusammenfassung macht heute Jan. Hey, hey, hey. Ja, die Lunte brennt. Und zwar, ich weiß nicht genau, worauf dieser Titel abzieht. Nämlich darauf, dass die angeplante oder die anlaufende Meuterei, die letzte Folge ihren Ursprung genommen hat, jetzt so langsam zur Explosion kommt. Und da wird die Lunte immer kürzer und dann macht es Boom. Und auf der Galaktika herrscht pures Chaos. Das Ganze fängt an im Adamas Quartier, wo noch schöne heile Welt ist. Wenn Saul dem alten Mann steckt, dass immer mehr Kapitäne verweigern, neue Zidon-Technologie an Bord zu bringen und dann eine Präsidentin im Bademantel erscheint. Und man merkt wirklich, die hat momentan null damit zu tun, Präsidentin zu sein. Und das bleibt auch für einen Großteil der Folge, oder einen kleinen Teil, sagen wir einen kleinen Teil der Folge, eben noch so. Und an einem anderen Ort des Schiffes bringt Gator Zarek aus der Zelle und bringt ihn vom Schiff. Und da fällt zum ersten Mal etwas vor, was nicht ganz so nach Plan läuft, denn da ist so ein Hangardeck-Mitglied, welches erstmal nachprüfen will, ob das denn so wirklich koscher ist, dass Zarek hier von Bord kommt. Und dann wird der prompt mit einem Schraubenschlüssel niedergeschlagen von Zarek. Dann verlässt der Raptor mit Zarek die Galactica und Gator macht sich auf seiner Funker-Position bequem im CIC und kann von dort nämlich schön die ganze Meuterei steuern, indem er eben Funksprüche nicht weiterleitet, indem er Hoshi sagt, ach du, überprüft nochmal, ob da wirklich so ein Raptor, nämlich der Raptor mit Zarek, gerade gestartet ist. Und so weiter und so fort. Und er lässt dann auch ein Feuer scheinbar auf dem Schiff entstehen und sorgt für allen möglichen Chaos, nur um dann im geeigneten Moment Marines ins CIC kommen zu lassen und den Admiral sowie den XO, die beide momentan da sind, ihres Amtes zu entheben. Die beiden werden dann von der Brücke geführt und sollen, ich glaube, in die Brücke schmissen werden und können sich dann aber ihrer Wachen entledigen und laufen dann auf dem Schiff herum. Genauso wie Starbuck und Lee Adama, die einerseits auf der Suche nach dem Vater sind, also dem alten Mann, sowie, also ich glaube, Starbuck hat einfach nur Bock auf ein bisschen Kampf. Und die kämpfen sich durch zu dem Quartier des Admirals, finden dort die Präsidentin und holen sie von Bord. Sie treffen sich dann mit dem alten Mann und dem XO, Saul Tai, in einer verlassenen Luftschleuse, wo ein Raptor von außen angedockt hat und dann Lee Adama, ach, Quatsch, und dann die Präsidentin zusammen mit Gaius Balta, der auch von irgendwoher aufgetaucht ist, in den Raptor fliehen können, während der alte Mann und Saul Tai die Marines erwarten, um denen ordentlich eins vor dem Bug zu geben, denn sie wollen sicherstellen, dass die Präsidentin von Bord kommt und Lee Adama zusammen mit Starbuck ein bisschen guerillamäßig im Schiff weiter Chaos stiften kann. Und was vielleicht noch erzählt werden sollte, ist, dass alle Zylonen an Bord der Galaktika mittlerweile in eine Zelle gesperrt wurden, bis eben auf Saul Tai. Ah ja, und vielleicht noch, womit die Folge endet, der ist nicht ganz groß, wie die beiden vor einer geschlossenen Luftschleuse stehen oder vor so einem Shot und dann öffnet die sich einen Spalt breit und man sieht, glaube ich, das einzige Mal, wo, oder es ist schon lange her, wie der Admiral mal eine Waffe mehrmals abfeuert und wieder der alte Soldat ist. Und dann kommt eine Granate reingeflogen und das macht Peng und die Folge ist vorbei. Genau. Danke. Kleine Ergänzung nur noch, Gaius Balta kommt dazu, weil die Präsidentin ihn aufsucht, weil der ja ein Funkgerät hat. Ah ja, stimmt. Der Piratensender. Genau, ja. Und so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Stimmt, er ist ja Podcaster. Bestimmt mehr Zuhörer als wir. Auf jeden Fall. Aber junge Damen, die ihn anhimmeln. Wir haben nicht so viele junge Damen, die uns anhimmeln. Ja, das stimmt. Sicher? Weiß ich nicht. Ist du dir da sicher? In meiner künsten Vorstellung nicht. Dann sollten wir mal eine Zuschauer-Umfrage machen. Eine Zuschauerinnen-Umfrage. Gut. Ja, wie fängt denn das ganze Drama an? Mit Algenkaffee. Richtig, mit Algenkaffee. Da hätte ich auch rebelliert. Vor allem, weil ja auch erst schon Thai sagt, mir ist der, ist der, die Lust nach Kaffee vergangen, seit sie ihn aus Algen machen. Denn Adama bietet ihm den ja an. Und als dann hinterher Thai weg ist, sagt Adama, der schmeckt wirklich scheußlich. Ja, stimmt. Es ist dann ja danach, nachdem Thai es noch mit der Präsidentin schäkernd auf dem Sofa und holt sich von ihr so ein paar Regierungstipps ab. Ja, und das ist die Szene, die ich glaube ich in der ersten Staffel schon mal angesprochen hatte, dass es die irgendwann gibt und ich nicht mehr wusste, wann die kamen. Und das ist diese Szene, wo die Präsidentin oder wo Adama sagt, ich bin nicht passiv-aggressiv. Und dann sagt die Präsidentin, das bist du doch, du weißt nur nicht, was das ist. Und das kam eben genau an dieser Stelle. Die Sache ist, das kannst du ja als Vorgesetzter auch eher leisten als irgendwie Untergebener. Ja gut, ja. Sie spielt ja darauf an, wie er da so saß und nichts dazu sagt, was sie will. Also sie sagt ja, was sie will und er übergeht das ja so mit einer großen Stille. Und darauf kommt das ja so. Also er will natürlich, dass sie wieder die Fäden in die Hand nimmt. Und das hält sie ihm ebenso vor. Aber dann sagt sie, wenn du zurückkommst, ist das Essen auf dem Tisch oder sowas. Ja, man merkt ja auch in der Szene, dass sie sich eigentlich nicht ganz raushalten kann aus der Politik. Sie versucht das. Das ist so wie ein Entzug für sie eigentlich gerade. Weil sie gibt ihr doch noch irgendwie einen Tipp. Und hält dann so inne, gell? Ja. Ja, ja, und dieser McCoy, den kann man ansprechen. Ah, nein, ich sag nichts mehr. Tschüss. Ja. Weil es geht ja nicht darum, dass Lee muss ja den Rat irgendwie davon überzeugen, dass es eigentlich voll okay ist, was sie jetzt vorhaben mit der Umrüstung. Und Tai soll ja auch irgendwo hin und jemanden überzeugen. Aber er meinte, das ist keine gute Idee, weil er jetzt auch ein Ceylon ist. Und das sollte vielleicht doch wer anderer machen. Richtig. Und deswegen sagt ja Adam überhaupt, ich komme gleich hoch auf die Brücke, also in CIC. Weil so wie es ausschaut, hat er nämlich frei gehabt eigentlich, also dienstfrei. Und der kann dann nicht nur, weil er eingestellt hat, ja okay, vielleicht geht es doch nicht mit Tai alleine in der Situation. Ja. Ja, weil Tai eben ein Ceylon ist. Und er meint es vielleicht nicht so gut, wenn ich die Botschaft überbringe, dass sie jetzt die Ceylon an Bord lassen soll. Und dann sieht man schon das, was du eben angesprochen hast auf der Brücke, dass Felix Gater, der ja an der Kommunikation sitzt, eigentlich den optimalen Posten da hat, um eine Meuterei oder einen Putsch loszutreten. Weil das ist ja das, was man immer macht, wenn man putscht, erstmal die Kommunikation, also die Außenwirkung unter die Kontrolle zu bringen. Ja, aber auch die innere, die schiffsinterne Kommunikation, also nicht nur nach außen, sondern auch intern kann er ja steuern damit und kann nur die Funksprüche weiterbringen, die er für wichtig hält, beziehungsweise für richtig. Und gefährliche Sachen entweder ignorieren oder völlig umdrehen. Oder auch erfinden. Genau, genau. Wer kann das eigentlich auch so lange vor der Führungscrew geheim halten, bis die Marines mit den Waffen auf der Brücke angekommen sind. Ja, weil wenn, es passiert ja, dass sich Crewmitglieder oder auch Zivilisten an Bord bewaffnen in einer Waffenkammer und ich glaube, Starbuck sieht ja nachher, wie bewaffnete Leute durchs Schiff rennen und da wird auch schon geschossen und da meldet sich sie, dass ja Gater direkt im CIC und er nimmt das entgegen und legt einfach auf. Ja, genau. Also das war so das Direkteste, was er tut. Aber er hält ja auch Apollo schon fern, der nämlich aufgeregt anruft, da ja Tom Zarek wieder zurückgekommen ist und sich fragt, was macht denn der alte Mann da jetzt? Ich soll das jetzt hier machen und dann schickt er mir den wieder zurück. Und auch da sagt ja Gater, so kann grad nicht. Please hold the line. Der ist grad sehr beschäftigt. Genau. Während der Chef im Hinterzimmer sitzt und Däumchen dreht. Ja, er dreht ja gar nicht Däumchen, weil Felix hat ja auch diesen Waldbrand. Nee, nee, ich meine im übertragenen Sinn, wenn eine Sekretärin sagt, oh nee, der kann grad nicht, der ist sehr beschäftigt. Genau. Spielt solitär. Ja. Aber das Feuer, da sagt ja das Rolltai dann irgendwann, was ist das da unten ist? Das ist ein Waldbrand, warum geht das nicht vorwärts? Und dann schickt ja Adama jemanden runter, weil es ihm auch irgendwann zu bunt wird. Irgendein Private. Wenn er in Star Trek wäre, hätte der ein rotes Shirt an. Hat doch bestimmt einen Namen. Aber ist ja egal. Der Private hätte runtergelaufen, meinst du? Ja, aber ist ja total egal, er taucht ja nicht viel drauf. Er wurde, glaube ich, zwei, drei Mal genannt und da wusste ich gleich, boah, der wird sowas von, ja. Der Kaffee-Private. Der kommt sowas von groß raus. Ja. War das der Kaffee-Private? Ja, ich glaube schon. Nee, der runterrennt zum Feuer, weil der soll Meldung machen, was denn da unten los ist. Ach so. Und der alte Mann hat ihn halt mehrmals angesprochen, mit seinem Namen sogar. Genau, und dann, wenn er zurückkommt, wird er ja erschossen, bei dem, bei dem, ja, bei dieser Meuterei, die dann jetzt eben stattfindet. Also, wenn der das ist, dann heißt der Jeffy. Ach, so sagt er auch, Private Jeffy. Jeffy. Genau. Richtig. Ja, genau. Stimmt, Adama schickt ihn ja, weil Hoshi sagt, das ist ganz komisch, wir haben da ein Mega-Feuer, aber alle Gaswerte sind normal. Also, die Sensoren müssten ja eigentlich so einen Anstieg in Kohlenmonoxid anstellen oder feststellen, aber die Werte sind alle komplett normal. Was schon ein bisschen auffällig ist, dass Gator für alles sofort so eine Gegenantwort hat, finde ich. Da sagt er ja dann auch gleich, ja, da ist es völlig kaputt oder so. Aber gibt er nicht auch den Hinweis, dass das Feuer irgendwie kein Unfall sein könnte? Sagt das auch, Gator? Ja, sagt er. Weil er will, ich denke mal, er will, das sagt er dann oder er möchte, dass quasi Soldaten mitgeschickt werden oder er plant damit, dass Soldaten mitgeschickt werden. Und die sind ja dann quasi am anderen Ende vom Schiff und bis die wieder zurückkommen zum CIC, hat er quasi die Kontrolle schon längst übernommen. Und das schafft er dann auch, aber mit Tod dieses Private Jeffys. Ja, Arme. Der stand einfach dazwischen. Nein, der hat sich geopfert für den alten Mann. Richtig, der springt vor ihn. Ja. Also ich hätte es schlimmer gefunden, wenn zum Beispiel Hoshi das wieder fahren wäre. Aber der wird ja genau wie der alte Mann und Saul Teil abgeführt. Bei Hoshi war ich mir jetzt im Verlauf nicht so ganz sicher, auf welcher Seite der steht manchmal, weil der ist ja nachher wieder eingesetzt, oder? Unter Gator. Nee, da sitzt, also an der Stelle, wo er saß oder wo Gator vorher auch gesessen hat, sitzt dann jemand von der Pegasus. Ah, okay. Das ist einer von denen, die versucht haben, hier die Zylonen zu vergewaltigen. In der Pegasus-Folge, ja. Sitzt der nicht auf Gators Platz? Ist das nicht der gleiche Platz? Nein, also Hoshi sitzt da woanders, Gator ja auch. Die sehen sich ja, die können sich ja anstarten. Ach, stimmt. Ja, stimmt, ja genau. Ja, nee, du hast recht, der sitzt auf Gators Platz. Ich glaube, Hoshi sind, glaube ich, alle dort geblieben, weil du siehst dann nämlich, ähm, die bewaffneten Soldaten, halt die Rebellen, die halten ja die Waffen an die Crewmitglieder. Damit sie auch die Befehle ausführen. Und ich glaube, Hoshi ist nämlich dort geblieben, weil die haben ja sicher nicht so viel Ersatz für jede Position. Genau, also ich dachte jetzt auch, Hoshi ist jetzt erst mal da, aber ist jetzt nicht wirklich ein Freund der Meuterei, aber hält sich jetzt sozusagen an die neue Befehlskette. Ja, ich dachte, der wäre mit rausgeführt worden. Aber der ist auf jeden Fall loyal, da darf ich nichts drauf kommen. Weil die werden ja, wie Mario sagt, mit Waffengewalt an ihre Stationen gezwungen, wo ich mich dann auch frage, wie soll das denn aufgerechterhalten werden? Du brauchst ja immer die zweifache Mainpower, um die Galaktika zu bedienen. Ja, und Adama regt sich noch, was heißt, er regt sich auf, er wurde ja auch gerade einer seiner Leute erschossen. Er wurde aber richtig lau. Ja, aber richtig sauer. Also so, das hier ist... Da ist der Imperator richtig sickig. Er sagt ja dann hinterher noch so, dieser junge Mann starb für seinen Posten oder für die, keine Ahnung. Für die Uniform. Für die Uniform. Wenn sie nachher sterben, dann sterben sie für nichts. Also kündigt schon mal an, hier kommt keiner raus, da lasse ich keinen weg. Ich mag es, wenn er so wütend ist. Oh ja. Das ist so cool immer. Ja, der strahlt ja auch richtig diese Autorität aus, die irgendwie der Schauspieler schon hat, aber ihm manchmal in diesem väterlichen untergeht. Ja, wir haben, glaube ich, auch noch was vergessen, denn am Anfang sieht man ja auch noch, wie sie im Hangar Zarek wieder auf die Colonial One schaffen. Der ist ja jetzt schon da. Sonst hätte ja Apollo nicht schon. Das ist ja ganz am Anfang, wenn Gator ihn rausholt. Und dann wird ja der Hangar geräumt, indem irgendeine, Ben wird sagen, welche Pilotin das ist. Seelix, oder? Seelix, okay. Keine Ahnung. Zumindest steht die nachher auf dem Raptor. Achso, nee, Racetrack. Ach, Racetrack. Also die Raptor-Pilotin, genau. Ja, die schreit ja nach irgendwie Treibstoff-Lag und daraufhin wird der Hangar geräumt, bis irgendwie auf einen Typen, der es nicht mitgekriegt hat. Und dann wird ja Zarek reingeführt, um zum Raptor zu kommen und da ist dann dieser eine Mechaniker, der sagt, das muss ich aber nochmal verifizieren. Und dann haut ihm Zarek so einen Schraubenschlüssel über den Kopf und der ist tot. Das war der Nachfolger vom Chief. Jetzt ist der Platz wieder frei, jetzt kann der Chief wieder seinen alten Platz sein. Deswegen nennen ihn auch alle wieder in Zukunft Chief in der Folge. Nicht mehr Ex-Chief oder wie, oder Former-Chief. War das in der Folge, in der letzten Folge, wo jemand sagt zu ihm, ja, Chief, äh, ich meine der ehemalige Chief? Genau, ja. War das in der Folge? Das war in der letzten, glaube ich. Ah, okay. So lustig. Aber Silix war doch auch bei den Bösen, oder? Ja. Ja, auch, gell? Die trifft sich ja nachher mit Samuel Anders in irgendeinem Raum. Und dann bekommt man diese leichten Vibes von wegen, ich hab dich immer gemocht, aus uns beiden hätte ein echtes Liebespaar werden können. Und dann wird ihm ein Sack über den Kopf geschmissen und er wird zusammengetreten. Ja. 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 Also, ja, Silix ist auch auf der Meuterer-Seite. Die Sau. Die Sau, ey. Weil der arme Enders war ja schon so oder so ein bisschen damit überfordert, Zylohn zu sein. Hei ja nicht. Nö, der hat sich ja einfach entschieden. Der hat sich entschieden, ich bin weiterhin XO, ich bin weiterhin der, der ich vorher war. Und das ändert nichts daran, ob ich jetzt ein Zylohn bin oder ein Mensch. Genau. Jo, und, äh, Enders wird ja so zusammengetreten, dass selbst einer von denen, die da treten, dann noch sagt, so, jetzt reicht's mal. Und Silix zuckt damit keine Wimper. Ja, ich fand, sie sah schon ein bisschen irgendwie getroffen aus, so, dass es ihr irgendwie schon leid tut. Aber es muss halt sein, der Krieg ist hart. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Der kommt dann auf jeden Fall zu allen anderen in, äh, die Zelle, wo ja auch schon, ähm, die Nummer 6 sind. Und ich glaub, auch die Agathons werden da hin. Genau. Also, die kommen später da hin, glaub ich. Da gibt's ja auch eine Szene, wo sie abgeholt werden. Außer dann quartiert. Äh, quartiert. Genau, die haben noch ganz heile, heile Familienwelt. So, ah, komm, bringst du die Kleine heute zur Kita? Oder ich muss, ich muss früher los. Und dann klopft es ihr an der Tür und man hört von draußen schon ein bisschen Rumor. Und dann, äh, geht sie auf und, ja, der Hilo kann nicht mehr seine Waffe ziehen, sondern kriegt sofort eine rüber. Mhm. Man hört von draußen ein bisschen Rumor. Ein wenig. Ein wenig schreien, ein wenig schießen. Bisschen Party. Genau. Die Nachbarn wieder. Und dann versucht, äh, in diesem ganzen Tumult auch noch Apollo an Bord zu kommen, denn wegen, weil er hat ja den alten Mann nicht erreicht und ist jetzt sauer und wird dann auch gleich gefangen genommen im Hangar. Naja, die wollen ihn gefangen nehmen. Ja, ja. Genau, der Co-Pilot von Racetrack. Genau. Versucht, ihn festzunehmen mit ein paar, äh, No-Name Marines, bei denen man ja schon erwarten kann, was mit ihnen passiert. Denn einer von denen wird dann ja direkt erschossen oder ins, in die Schulter geschossen oder sowas. Ja, ich glaube, einer wird erschossen direkt erst mal, erst mal schießend anfragen. Genau, und der Pilot wird angeschossen. Genau, und von wem? Stabuk. Von Stabuk. Die hat sich mittlerweile eine Kanone besorgt. Ja. Und zieht dann sogar noch eine zweite. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt erst mal, ähm, Apollo für die nächsten zwei Folgen von oben bis unten mit Blut bespritzt. Hatte so ein bisschen was von Dragon Age, wenn du einen Gegner geschlagen hast und sagst, du hättest jemand geschlachtet. Das ist dann wunderbar. Und der Staat ist doch so die Theologie immer so blutig. Ja, genau, total rot. Ja, und die beiden fliegen, fliegen jetzt, genau. Fliegen durch die Charaktik. Wir kommen hier runter, wir fliegen hier alle. Die fliehen jetzt aus dem Hangar und, ja, beginnen so ein bisschen so einen Guerilla-Krieg. Kämpfen sich so durch. Ich weiß gar nicht, was im Moment ihr Ziel ist. Zum CIC zu kommen? Ich dachte zum, äh, oder zum CIC. Nee. Du musst es nochmal sagen. Nein, ich fand es super. Was kam denn an? Ich dachte zum, äh, oder zum CIC. Das hättest du gerade unter Wasser geredet. Ja, das wurde irgendwie gebuffert und dann in 800-facher Geschwindigkeit abspielt. Das war eben schon mal. Also es kam immer, die Essenz deines Satzes kam immer nicht an. Aber ich finde das so viel lustiger. Im Wasser. Jetzt geht's mir gut. Also spann uns nicht auf die Folter. Entweder in CIC oder? Ich meinte zum Quartier des Admirals. Ah. Ich dachte schon, ich meinte zum. Oder zum CIC. Ich glaube, er hat einfach in die Murloc-Sprache gewählt. Wo kamen denn Murlocs nochmal vor? Bei Warcraft. Ach, genau. Warcraft. Hat er jetzt aber auch was von Seidberg, muss ich sagen. Der auch, ja. Ich meine, es ist ja auch das gleiche, ähm, die gleiche Art oder Familie. Beide leben im Wasser, ja. Genau. Gut. Kommen wir zurück zu Battlestar Galactica. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo es jetzt hingeht. Ich glaube, ähm, Starbuck und Lee treffen auf Tai und, ach nein, die müssen sich ja erstmal befreien. Mhm. Genau. Genau, was sie ja quasi alleine schaffen. Richtig, weil nämlich Adama, ähm, überredet ja so einen von den Wachen, also zwei Wachen eskortieren die in die Brick. Und der hintere, der ist nicht so richtig auf der Seite der Meuterer, sondern der weiß nicht so recht, auf welcher Seite er ist, weil er, ja, Befehle befolgt. Und das erkennt Adama und dem redet er so zu. Ähm, und in der Zeit, wie er ihm zuredet, nutzt Tai die Chance, den anderen direkt zu killen, oder? Nee, Adama erschieft ihn. Ah, genau. Aber er, ja, er redet ja auf diesen jungen Marine ein und sagt, ah, ich erinnere mich doch an sie und, und der andere, der schon ein bisschen mehr hinter der Sache steht, der sagt, halt den Mund, äh, wir, wir sind nicht da, um mit denen jetzt Freunde zu sein, wir ziehen das hier durch. Und, ähm, ja, Adama macht das ja, wie du sagst, immer weiter und bringt ihn dann so zum Zweifeln, dass er halt in diesem Moment ihm, ähm, die Waffe entreißt und, und Saul sich auf den anderen stürzt, so super abgespielt, die beiden, und, äh, dann erschießt Adama den Arsch Marine, der auf dem Boden liegt, und den Jungen, der noch grün hinter den Ohren ist, den nehmen sie in Gewahrsam. Genau. Und dann treffen sie auf Lee und Starbuck. Mhm, und Starbuck will gleich den Jungen Marine erschießen. Ja, das fand ich lustig. Weil sie sich so lebendig fühlt, wie nur lange nicht. Nee, 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 nee. Also sie hat ja schon den Ernst der Lage erkannt. Ja, ja, genau. Sie sagt, wir können hier keine Gefangenen nehmen, weil, äh, die, die laufend laufen halt direkt wieder zum Feind. Ist ja nicht so, als müssten sie acht Kilometer über die Front laufen. Genau. Ja. Und, ähm, das will natürlich Adama aber auch nicht, weil er nicht irgendwie alle seine Leute töten will, aber Starbuck kennt keine Gnade und ballert ihm nochmal hinterher, weil Adama lässt ihn ja dann laufen und Starbuck schießt ihm noch hinterher. Also, völlig gut. Sagt dann aber auch, das sind nicht mehr deine oder immer Leute. Ja. Genau. Was ja auch irgendwo stimmt. Er kann ja jetzt nicht mehr sicher sein, wer, wer ihm noch treu ist und wer nicht. Und deswegen macht er sie auch, glaube ich, nicht zur Sau, weil er sich da halt selbst nicht sicher ist. Aber er hält sie trotzdem auf, indem er die Waffe hochreißt. Ja, und zu dem Jungen sagt er ja noch sowas wie, lauf Simba, lauf. Mit der Stimme von, äh, Scar im Deutschen. Ja, genau. Komm nie mehr zurück. Verschwinde und komm nie wieder. Oh, der ist auch gut. Der kleine Admirals-Sagol. Starbuck? Ja. Hast du was Neues gehört? Wow. Das war noch aus damals, als noch alles gut war. So. Wie geht's weiter? Haben die Präsidenten schon im Schlepptau? Ach nee, stimmt. Die haben wir vergessen, weil ich hab ja schon eben gesagt, irgendwann geht die zu Gaius Balta. Genau. Und die holen sie jetzt ab, oder? Ah ja, ja, genau. Von da ab. Genau, die treffen sich mit ihr da. Starbuck, genau. Das ist die, so eine ähnliche Szene gab's ja schon mal. Da hatte ich so ein leichtes Déjà-vu, dass Starbuck auf die Präsidentin trifft und die Präsidentin hat ja damals auf Starbuck geschossen und jetzt schießt Starbuck fast auf die Präsidentin. Das war so eine ähnliche Szene, weil die auch so in dieser Tür stattfand. Wisst ihr noch, was das war mit Starbuck und der Präsidentin? Ja, da ist sie ja nicht zu ihr ins Quartier gegangen. Ich weiß nicht mehr. Da hatte, ich glaub, da hatte Starbuck doch so einen am Rad, weil die Galaktika immer weiter weggesprungen ist. Genau, das war das, genau. Ach, stimmt. Da hat ja die Präsidentin dann neben Starbuck geschossen. Und jetzt hätte fast Starbuck auf die Präsidentin geschossen und die Szene sah halt ganz ähnlich aus, weil das auch in so einem Türrahmen stattfand oder vor so einer Tür. Deswegen musste ich mich da irgendwie dran erinnern. War wahrscheinlich jetzt gar keine Absicht. Aber die Präsidentin hat eine Idee, denn sie weiß ja, dass der Piratensender existiert und dass so Gaius Balta seine Schäfchen auf der Flotte erreicht. Und sie hat ja auch völlig recht. Wir müssen jetzt irgendwas dagegen tun, sagt die. Und das können wir am besten machen, indem wir die Öffentlichkeit informieren. Also wir können denen nicht die Kontrolle über die Kommunikation überlassen. Und deswegen begibt sie sich jetzt zu ihrem eigentlichen Feind, aber der ihr Freund geworden ist, weil er auch der Feind von Felix Gater ist. Genau, also in Richtung des Rebellen-Basisschiffs. Ja, erstmal in Richtung zu Gaters Quartier, also zu diesem Harem, wo sich ja auch der Chief... Balta's Quartier. Sorry. Ja. Ja, Gater wohnt auch da. Der wohnt bestimmt auch da. Und der Chief ist auch da. Stimmt, ja. Der läuft da ja immer um. Ja. Auf der Suche nach einem neuen Vater, den er zusammenschlagen kann. Stimmt, weil es gibt auch noch so eine Szene mit Hotdog. Am Anfang mit Starbuck, wo die sich noch so ein bisschen kappeln, bevor das losgeht, weil ja jetzt Hotdog der Daddy ist. Ja. Und dann sagt Starbuck noch irgendwas. Er meinte Starbuck ja, now I know why I named you Hotdog, ja? Genau. Und da dachte ich, hey, genau das habe ich in der Folge davon gedacht. Und dann gibt er hier noch irgendwas zurück, dass Sia mit der gesamten Flotte geschlafen hätte und dann schreit sie ihm noch irgendwas hinterher und dann, ja. Nicht mit dir. Genau das. Genau. Und wie komme ich jetzt da drauf? Achso, weil Hotdog ja jetzt gar nicht hier ist, aber sonst, weil, achso, weil er ihn verdroschen hat hier, der Chief. Genau, genau. Und Balta, wieder so eine typische Szene, ich will euch ja nicht verlassen. Oder wie sagt er da so am Anfang, als die erste Blende auf ihn kommt? Und es tut mir so leid, dass ich euch jetzt verlassen muss, aber es muss sein. Ich muss gehen. Genau. Nein, ihr braucht mir keine Geschenke mitzugeben. Nein, behalt es. Ich meine, das muss ja auch, ähm, es liegt ja schon nahe, weil Gator legt ja einen persönlichen Hass gegen, äh, Balta. Ja, aber ich habe auch so das Gefühl, und das war ja auch eigentlich schon immer so, Balta war ja jetzt auch nicht, immer per se gegen Roslyn oder so. Also, Roslyn war irgendwann natürlich gegen Balta, und Balta hat natürlich, äh, war Präsident geworden, was natürlich, ähm, Roslyn nicht gepasst hat. Aber sie haben ja auch, also, das, das sind ja Kontrahenten, die miteinander reden, sag ich mal so. Es sei denn, sie foltert ihn gerade. Naja. Aber es gab ja da jetzt schon so diese Geschichte, lässt sie ihn jetzt verbluten oder hilft sie ihm und so, und, ähm, jetzt hilft er ihr eben und der Flotte, weil aus seiner Sicht es das Richtige ist zu tun. Und vielleicht war auch einfach, weil er wieder glaubt, dass er bei Gator den Kürzern zieht. Vielleicht auch einfach nur das. Aber man hat ja auch schon später den, den Eindruck, dass er versucht zu helfen auf dem Zölonen-Basisstern. Hm. Nee? Ja, bei Balta bin ich mir nie so sicher. Nee, ich auch nicht, aber das... Bei der Folge, die kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was bei dem, was er tut, die Hilfe sein soll. Ja, aber... Ja, okay. Das weiß ich jetzt noch nicht. Weiß ich auch noch nicht. Ähm, aber es würde halt zu dem passen, wie er jetzt in den letzten Folgen wieder dargestellt wurde, wo er ja auch dann jetzt wieder einfach offensichtlich der Wissenschaftler-TM war. Ja, obwohl jetzt gerade ist er ja wieder bei seinen Schäfchen zurück und ist wieder der Prophet-TM. Ja. Ich wollte nur sagen, er war wieder etabliert als jemand. Ja, ja. Er war nicht nur in seiner kleinen Mischop, Mischpoke da unterwegs. Ja. Genau, also er hilft jetzt auf jeden Fall direkt. Und was soll er auch anders machen, ist ihm auch wahrscheinlich ganz egal. Hauptsache, er kann mit und weg. Das ist nämlich sein Plan. Ja, der Plan der Präsidentin ist ja vielmehr sein Funkgerät zu nutzen, um der ganzen Flotte zu stecken. Eigentlich das, was sie vorher schon dem alten Mann gesteckt hat. Nämlich, dass die Entscheidung zur Allianz mit den Zylonen niemandem einfach gefallen ist, aber ein notgedrungenes Übel ist, um die Menschheit am Leben zu erhalten. Und sie bittet eben alle, ihnen zu vertrauen und nicht, sich dieser Meuterei anzuschließen, denn sie spricht ja jetzt offen über die Meuterei. Und fährt damit ja auch in ein Funkgespräch herein, was gerade im CIC stattgefunden hat. Denn vom CIC aus hat Gator ja mehrere Kapitäne, die sich bei der Galactica gemeldet haben und wahrscheinlich auch immer in der Warteschleife hingen, zusammengeschlossen. Und dann Sarek so gesagt, so hier, jetzt können sie ihm den mal erzählen hier, dass die Galactica ist übernommen und Sarek, erzählen sie doch mal weiter, was wir hier so vorhaben. Und da funkt dann eben die Präsidentin vom BALTA Super Podcast Sender rein, bis eben Gator das Funksignal kappt. Also diese geplante offizielle Übernahme endet in einem totalen PR-Desaster für Sarek und ihn. Genau, das verkapieren die auch sofort, dass das ein totales Desaster ist. Das sieht man an ihren Gesichtern. Ja. Und umso wichtiger wird es jetzt nämlich die Köpfe der Regierung, nämlich den Admiral und die Präsidentin zu fassen und zu töten. Mhm. Und man merkt halt schon, ab hier geht es jetzt so ein bisschen bergab oder immer weiter bergab für die. Bis jetzt hat ja alles funktioniert, was sie gemacht haben. Und das ist jetzt so der Wendepunkt. Oder ein erstes Anzeichen für einen Wendepunkt. Und ich habe es eben falsch gesagt. BALTA kommt ja nicht mit oder sieht nicht, dass er mitkommen kann, sondern die anderen, die Präsidentin kommt ja mit BALTA mit. Denn es war ja der Plan von BALTA und des Chiefs mit diesem Raptor an einer Luke, die niemand mehr kennt, weil sie irgendwann versiegelt wurde, anzudocken. Und die Präsidentin kommt jetzt sozusagen mit BALTA mit und nicht umgekehrt. Ja, genau, genau. Und deswegen sind auch Lee und Cara gar nicht mehr mit der Präsidentin unterwegs, sondern die haben die quasi bei BALTA abgeliefert und sind dann zu zweit nur unterwegs. Genau. Genau, die wollen ja auch noch den alten Mann befreien. Nee, die waren doch schon. Achso, dann befreien die den erst. Anschließend, richtig. Ja, die treffen den ja. Und dann kommt das, wo Trace den Marine erschießen will und Adama ihn laufen lässt. Genau, weil der Chief nämlich noch ruft, sie warten jetzt noch eine Stunde, damit die anderen auch mitkönnen oder so. Ah, ja, ja, ja. Es ist, also der Podcast ist bestimmt ein bisschen verworren, aber es liegt eben daran, dass so viel zeitgleich an unterschiedlichen Ecken passiert. Also die Folge ist so dicht und handlungsschwanger und das fährt alles in sehr schnellen Schnitten, kommt hintereinander. Und es ist schwierig, das irgendwie so entwirren. Ja, und letztendlich treffen sich die Parteien, nämlich der Admiral Tai und BALTA, CHIEF und TURLIN. Nein, BALTA, CHIEF und ROSLIN. Dann an diesem Hangar, der irgendwann bei Neu Caprica versiegelt wurde, weil der undicht war. War das auch da, wo der CHIEF und Kelly rausgepustet wurden? Nee. Das war was anderes, oder? Das war irgendeine Startschleuse von Vipern, glaube ich. Oder irgendeine Luftschleuse, aber nicht das Ding. Okay, ich dachte, das wäre hier eine Luftschleuse. Egal. War das... Nein, nein, nein. Das ist so eine Lagerbucht oder sowas. Okay. Weil der CHIEF meint doch, das kennt ja kaum noch jemand oder so, weil da hält man sich ja fern. Und ich dachte immer, da haben sich die vier Zylonen immer getroffen. Ach so. Das ist doch der Raum, oder? Ach so. Kann sein, ja. Okay, auf jeden Fall dockt da dann der Raptor an. Der Raptor an. Kommt der Raptor vom Basisstern oder wo kommt der her? Ja, muss ja. Mit Boomer, glaube ich. Nicht Boomer, sondern vielleicht auch doch Boomer. Oh, ist das schwierig. Aber keine Ahnung, weil die sitzt ja in der Zelle. Weißt du? Die Athena sitzt ja in der Zelle. Richtig. Dann war es Boomer. Aber da war ich ja zu verwirrt. Aber seit wann lassen die andere achten Raptor fliegen? Na, Boomer. Oh ja, das wird ja eh geklärt. Der startet ja vom Basisstern. Und die Info ist ja, die Menschen vom Basisstern sollen zurückkehren zur Flotte. Das ist ja die offizielle Mission. Und die fliegen aber nicht zum Hangar. Sagt dann geht er. Ah, die fliegen nicht zum Hangar, sondern woanders hin. Richtig. Und dann kommt der Schwenker rüber zum Versteck. Ja. Zur Bucht. Ja. Das ist also nicht Athena. Ich dachte auch, dass es Athena ist jetzt, aber. Na, die sitzt ja mit ihrem Mann und Tochter in der Zelle. Ja. Genau. In der Zylonen-Zelle. Sind die nicht alle in einem? Auf der Galaktika. Enders ist auch da, genau. In dieser komischen Zylonen-Zelle. Alle Zylonen und die Menschen, die mit Zylonen schlafen. Genau. Gut zusammengefasst. Und deren Kinder. Und deren Kindeskinder. Und deren Kindeskinder. Kindeskinder-Kinder. Und ihre Väter, 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 Väter. Und jetzt kommt noch der große Clou. Tai und Adama wollen nicht mit. Ich weiß eigentlich gar nicht wieso, weil sie ihr Schiff wieder erobern wollen, oder? Das ist der Punkt, sagen sie auch. Adama will nicht weg und er meint doch zu Tai, begleitet die Präsidentin, beschützt sie und er sagt, na, ich lasse sie sicher nicht ins Stich. Also bleiben die beiden Opis zurück. Ja, aber sie sagen halt erstmal, sie wollen die anderen jetzt aufhalten, damit die wegkommen. Aber die wären doch auch alle weggekommen. Aber egal. Die wollen eher einfach ihr Schiff wieder erobern. Klar. Ist ja deren Zuhause. Genau. Ja, und deswegen bleiben die da und beziehen halbherzig Stellung, um dann auf die Tür zu zielen. Bis der Flashbang kommt. Ja, und die anderen sind ja vorher schon abgehauen. Also Tribble, Starbuck und der junge Adama, die haben sich wieder ins Schiff verzogen. Und um mit ihrem Guerilla-Krieg weiterzumachen. Ja, keine Ahnung, um ein bisschen was weiter zu rattern. Ich fand es in dieser Serie noch so lustig, wie Rosalyn und der alte Mann sich umarmen und sich küssen und im Vordergrund stehen, so Starbuck und Lee. So, ja, ähm, okay. Also, sie standen da so und dachten, ja, es ist ja sehr unangenehm, wenn man dem eigenen Vater zuguckt, wie er da die Präsidentin knutscht. So ein wenig peinlich berührt. Ja, und damit kann man sagen, endet die Folge. Ja, mit einem großen Knall. Ja, genau. Großen Knall. So ein quasi to be continued. Ja, aber ich glaube, vorher erschießt auch Adama noch einen, oder? Der durch die Tür kommt oder den Schlitz aufmacht. Der wird dann auch noch hintergegangen. Das kann sein. Schade. Passiert halt. Hätte er nicht durchkommen sollen. Können wir noch kurz zusammenfassen, wie jetzt der Status ist? Mhm. Okay, mach ich. Nee? Gator und seine Meuter haben Kontrolle über das CIC. Auf dem übrigen Schiff herrscht Chaos. Weil man immer, wenn es halt durch Gänge ging, hat man Feuergefechte gehört. In den Szenen und der alte Mann und Tai werden jetzt aufgespürt in dieser Ladebucht oder was auch immer es ist. Und der Raptor mit der Präsidentin und Balter ist erfolgreich gestartet und auf dem Weg zum Basisstern. Genau. Und Zarek ist an Bord der Colonial One, glaube ich. Noch nicht, der kommt in der nächsten Folge. Ah, okay. Nämlich sogar mit der... Achso, sorry. Doch, genau. Oh Gott. Der ist in der Colonial One und der fliegt in der nächsten Folge mit der Colonial One in die Galactica. Ah ja, genau, genau. Deswegen habe ich das gerade verwechselt. Und es ist zwar viel gleichzeitig passiert, aber es gab eigentlich... Das ist alles ein Handlungsstrang. Ja. Von daher war das doch gar nicht so schwierig. Es ist halt nur vieles zeitgleich, was aufeinander aufbaut. Ja, es ist schwierig, das gut zu rezitieren, finde ich. Aber, würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. Jan muss als Letzter, dann fängt vielleicht Ben mal an. Ja, vielleicht, ne? Ja, ich mag die Folge sehr gerne. Ich mag generell die Doppelfolge sehr gerne. Es passiert tatsächlich mal was anderes, womit wir ja bisher noch nicht so viel zu tun hatten innerhalb der Serie. Dass die Familie an sich, also die Besatzung der Galactica sich untereinander an die Gurgel geht. Das hatte man ja bisher eigentlich noch nicht so oft. Eigentlich war es ja immer eine Gefahr von außen, sei es jetzt Zylohn oder Menschen, die quasi die Galactica angegangen sind. Aber dass jetzt mal von innen heraus was passiert und diese Familie an sich so durchdreht, das hatte man ja bisher noch nicht. Das fand ich sehr interessant. Und bin auch, also jetzt nicht mehr, aber damals war ich gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, weil die Folge ja auch mit so einem großen Knall aufhört, habe ich mir danach auch direkt die nächste angeguckt. Ich mag einfach den Aufbau der Folge. Ich mag, wie die Charaktere, wie die Charaktere agieren. Ich finde es schön, dass auch Charaktere sich der wahrscheinlich falschen Seite anschließen, von denen man das vielleicht nicht erwartet hätte. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, alte Charaktere nochmal reinzubringen, die man jetzt eine Zeit lang nicht gesehen hat. Weil wir haben jetzt unter anderem auch den guten Charlie Connor wieder gesehen. Ja, der auf Neu Caprica mit dem XO zusammen den Widerstand geleitet hat. Ah, Exterts Vater. Der mit dem Bart und den längeren Haaren. Exterts Vater. Ja, genau. Oder? Ich glaube, du meinst den richtigen. Er hat auch bei Stargate Atlantis mitgespielt. Ja, und Kelly, genau. Captain Kelly hat man mal wieder gesehen. Der ja, nachdem er für diesen Bombenanschlag in die Brick geworfen wurde, nicht mehr vorgekommen ist. Und der hat jetzt die Marines angeführt, die dieses Lager da, diesen Hangar aufmachen. Genau, die die Tür aufgeschweißt haben, wo der Admiral und der Colonel eben sind. Ja, egal, bla bla. Das ist eine schöne Folge, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gebe der Folge neun Punkte. Ich würde mich hier gerne direkt rein mogeln und anschließen, weil ich das alles genauso auch finde. Das machst du ja auch sonst. Ja, aber das bin doch nicht. Ja. Und, ähm, ja, du hast es eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. Auch, dass das jetzt halt so ein, äh, wir haben jetzt eigentlich den, den, wie nennt man das nochmal? Zivilkrieg sagt man auf Englisch, aber auf Deutsch sagt man Bürgerkrieg. Wir haben jetzt eigentlich den Bürgerkrieg, den wir vorher bei den Zylonen gesehen haben und den haben wir jetzt bei den Menschen. Auf der Menschen, auf der Menschen, auf der Menschen, auf der Menschen, auf der Menschenseite. Das spiegelt das mal so. Und ich finde, das ist halt echt mal eine gute Action, ähm, Folge. Die mal wieder so Starbucks-Wahnsinn und Kaltblütigkeit, ähm, auch zeigt, was aber alles natürlich zu, zum Wohl, zum Wohl der Galaktiker, ähm, ist. Und es gibt halt echt viel Action und, aber auch trotz Action hat das halt auch alles eine Bedeutung. Man will irgendwie, dass die Leute das schaffen. Man kann so, je nachdem, ob man jetzt auf Seite der Rebellen oder der anderen ist, ähm, fühlt man mit dem alten Mann mit. Und ja, ich gebe dir zehn Punkte. Das ist eine der Folgen, die ich empfehlen würde, wenn man Battlestar Galactica guckt. Und das, obwohl ich erst den Auftakt oder den Auftakt der Mid-Season, das Mid-Season-Finale, glaube ich, dem habe ich erst zehn Punkte gegeben. Ich gebe schon wieder zehn Punkte. Mario. Eine urgeile Folge. Und halte ich fest, Tim, es ist viel passiert. Ja. Ich gebe dieser Folge zehn Punkte. Ich muss nichts mehr hinzufügen. Ja, habt ihr das ja schon gesagt. Okay, dann noch Jan. Ja, ähm, das Übliche. Ja, ihr habt so ziemlich alles schon gesagt, was ich noch kurz anmerken will, weil ich schön fand, das fand ja fast ausschließlich alles auf der Galactica statt. Und dieses Auseinandergehen von Handlungssträngen beziehungsweise Leuten, denen man beiwohnt und deren Zusammentreffen und wieder auf dem Schiff, das war total cool gemacht. Wie man quasi dem alten Adama und dem jungen Adama durch das Schiff gefolgt ist, bis sie irgendwann zusammentreffen. Und das hat dem Ganzen halt noch so dieses Zusammenhängende gegeben, obwohl so viel passiert ist. Und ich gebe der Folge auch zehn Punkte. Vollkommene Zustimmung. Wo du das gerade sagst, ist mir noch eine Szene aufgefallen, die wir vielleicht noch vergessen haben. Da sieht man nochmal diese Konfrontation, das ist dieses Gespräch mit Apollo und Zarek, nachdem Zarek wieder zurück auf die Colonial One kommt. Und da sagt er ja sogar, also sagt Apollo ja sogar, dass Zarek einen Punkt hat. Also er sagt sogar, ich finde es gut, dass sie wieder da sind, weil sie haben im Grunde recht. Und das sagt er glaube ich später auch nochmal, das ist in der nächsten Folge. Aber natürlich, obwohl er findet, dass Zarek da einen Punkt hat, kann er natürlich trotzdem nicht mitgehen, mit dem wir den Punkt jetzt versuchen zu vertreten. Und deswegen ist er natürlich sein Gegner. Aber er sagt schon, das ist schon richtig, was du da sagst, dass man jetzt irgendwie mit, dass man da vielleicht jetzt zu weit gegangen ist oder so. Da will offensichtlich niemand mehr was zu sagen. Dann kommen wir zu den letzten Worten. Ich glaube, Ben muss anfangen. Tatsächlich fällt mir überhaupt nichts ein. Das ist doch ein schönes letztes Wort. Ja. Das ist überhaupt nicht passiert. Gehen Sie weiter. Nein, dann ist zwar nicht das letzte Wort, aber ich möchte diese zwei Sätze des Admirals nochmal wiederholen, die er gesagt hat, nachdem Jeffy erschossen wurde. Die hatte Tim ganz kurz angesprochen mit, er ist für diese Uniform gestorben und er sagt, I want you all to understand this. If you do this, there will be no forgiveness, no amnesty. This boy died honoring his uniform. You, you will die with nothing. Ich glaube, das ist zu lang für Titel, aber vielleicht kann man da was rausnehmen. Ich sage einfach, I want you all to die with nothing. Nussig. Ich sage, stirb langsam. Mario. Ich sage, buh. Und Jan sagt jetzt auch. Das kann ich auch sagen. Ho, 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 er hat jetzt eine Maschinenpistole. Ah, nein. Watch it. Das war aber so ein bisschen geklaut von mir. Nur ein bisschen. Ja. Aber wir nehmen. Stirb langsam auf Galactica, Patorema. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Wann kam jetzt hier eigentlich nochmal der Plan? Nachfolge 15 habe ich euch so im Kopf, oder? Habe ich wieder vergessen. Ah. Warum schreibst du das denn hier auf? Weil du das doch machen musst. Du bist doch der Chronist. Ja. Jeder hat seine fixen Aufgaben hier. Das ist eigentlich nur Tim und du. Machst du gerade auf der Palpatine, oder? Ja, nach der 15. Folge. Also haben wir noch eine danach. Echt? Ich dachte, das wäre jetzt schon die 15. Eieieiei. Nee, 13, 14 haben wir doch jetzt. Stimmt. Wo ist denn mein Soundboard? Ich war verwirrt. Ich hätte heute Folge 15 auch geschaut. Machen wir einfach noch mit. Wir können ja mal eine besprechen, ohne dass wir sie gesehen haben. Das mache ich doch die ganze Zeit. Ich glaube, das werden die Leute gerne hören. Ich glaube auch. Ich glaube, die würden keinen Unterschied merken. Absorbene Bock raus. Füchse im Meer. Oh mein Gott, das lässt sich nicht los, oder? Nein. Google sogar. Wow. Ich auch. Wölfe in Berlin. Füchse am Meer. Ist ja fast das Gleiche. Bei mir auch. Was ist das? Waren das nicht Wildschweine in Berlin? Nö, Wölfe. Hat Rheinland-Pfalz 2016 geschrieben. Ah, okay. Oh, bist du auch gerade auf der Seite. Nö, ich hatte das Gleiche ins Google eingegeben. Ich finde mein Soundboard nicht. Ach, da ist das. Ja, sonst kann ich das Intro gleich nicht einspielen. Und? Ach so. Und das hier. Ich muss doch unbedingt Sachen rauswerfen. Also lieber Jules Werns Erben. Zwei von vieren haben es nicht kapiert. Und Tim will es uns nicht verraten. Bitte tweeter uns nochmal die Lösung. Das werde ich ja wohl kaum veröffentlichen. Dass ihr nicht mehr wisst, worüber wir letzte Woche geredet haben. Das war wie so letzte Woche. Vorletzte Woche. Ich meine, ich kann euch auch blamieren, dann veröffentliche ich es halt. Nee, sag doch einfach, blamier uns nicht und sag's. Nö. Genau, und schneid's raus. Nö. Ja. Er meint doch die Folge CYS 71, oder? Ah, ich wollte den Imperator einspielen, aber den habe ich auf dem anderen Soundboard. Das geht nicht. Ich nehme dich jetzt einfach nicht. Und damit ignoriert. Ja, Mann. Das darf doch nicht nach Österreich einbürgern. Tschüss, Baba. Du darfst doch nicht in Österreich krank sein. Bleib bei deinen Füchsen am Meer. Schuster, bleib bei deinen Füchsen. Nee, Jäger, bleib bei deinen Füchsen.